Ja, ist cool, ja. Alter! Verdammt. Ah, ich lasse dich auch. Wo ist er? Ja. Was machst du? Ja, sag doch, was machst du noch als kurz dann? Ja, aber die hat's gut. Du kannst woanders hinkriegen. Woanders hinkriegen? Ja, ja. Wurde nicht. Egal. Ja, das ist nicht gut. Dann fällt die runter in die Lampen reinbremst. Das ist nicht gut. NTH, NTH. Schon ne geile Sau, oder? Ja, voll geil. Wirklich echt, Alter. Was würdest du mit der Fahrt machen, wenn die jetzt so alleine nachts fett ist und beide voll drauf sind? Boah, Alter, Alter. Ein Verpücher.